Stellt euch vor, ihr kämpft als Zivilist in diesem Krieg. Oh mein Gott. Papa, ist hier eine Überraschung? Wie kannst du es wagen? Ein Clown verkleidet als Hitler in einem Bordell. Papa, das ist nicht Hitler, sondern Chaplin. In einem Kabarett. Da kommt Mrs. Garber. Wie geht's, Emma? Wieso fragst du immer nach ihr? Mein Vater will, dass ich sie heirate. Wirklich? Wirklich. Ich bin eben deiner Mutter begegnet. Sie meinte zu meinem Vater, ich soll dich heiraten. Ich brauche deine Hilfe. Diese Kinder haben viel durchgemacht. Ich hab's dir schon tausendmal gesagt. Ich bin Schauspieler, kein Clown. Es sind jüdische Waisen. Wie er dich angesehen hat, ich finde ihn eigenartig. Ach. Hm. Judah? Eigenartig ist lustig. Du magst ihn auch, oder? Die französische Regierung hat die Evakuierung sämtlicher Einwohner angeordnet. Entweder gehört einem ein Land ganz oder gar nicht. Heiler! Nein, nein, nein. Nicht stehen bleiben. Weiter gehen. Bringen wir ihnen bei, zu überleben. Ich will nicht mehr ständig weglaufen. Wir können sie bekämpfen. Lauf nicht so schnell! Willkommen in der Resistance. Wie leisten wir am besten Widerstand? Nicht, indem wir sie töten? Das sind keine Menschen. Menschen tun sich so etwas nicht an. Ich weiß es nicht! Wenn du sie bekämpfen willst, müssen wir dafür sorgen, dass mehr Juden überleben. Tapferkeit ist nichts anderes, als die eigene Furcht noch ein wenig auszuhalten und den Nazis entgegenzutreten, um Menschenleben zu retten. Halt! 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 Halt!